Bitte ein bisschen gucken, ein Bierchen trinken. Was machst du denn da jetzt schon wieder? So geht dieses Video nicht. Gegenseitig vielleicht ein bisschen massieren. Auch wenn sie so unschuldig guckt. Hallo, ihr müsst auch irgendwie mitmachen. Also, irgendwann an diesem Tag, ach so, erst mal hallo ihr Lieben, hallo ihr Lieben. Irgendwann an diesem Tag war ich mal sauber, meine Pferde waren geputzt und motiviert. Und irgendwie ist jetzt das passiert, dass Kobi lieber Frisuren macht, Paul will pennen. Und zwischendurch gab es Gruppenkuscheln, aber eigentlich drehen wir heute ein, wer würde eher. Und das machen wir jetzt auch. Seid ihr bereit? Ja, ich stelle die mal hin und dann legen wir los. Ich hatte übrigens das coole Konzept, dass ich meine Pferde einfach auf den Reitplatz stelle und das dann schon gehen wird und ich immer zu dem laufe, der es eher würde. Heute haben sie aber beide keinen Bock stehen zu bleiben, beziehungsweise sind richtig krass gelangweilt, aber wir machen das jetzt einfach mal. Wer würde sich eher richtig erschrecken und durchgehen? Da kann er noch so viel den Kopf schütteln, aber auch wenn man das nicht glaubt, das ist tatsächlich Pauli. Er ist ja wirklich so süß und super geduldig mit allem, aber der junge Mann kann, wenn Geräusche von hinten kommen, sich richtig krass erschrecken und dann ballert der auch schon mal los. Dann zischt der so richtig los und wenn er da noch einen Boxsprung reinhaut, dann kommt man manchmal auch ein bisschen in Wohnungsnot. Aber es ist lustig, weil er eigentlich so zuverlässig ist, aber Geräusche von hinten gehen gar nicht. Und dann muss man auch schon mal durchgehen. Was machst du denn da jetzt schon wieder? So geht dieses Video nicht. Das geht nur nicht. Das geht nur nicht. Wer würde eher den anderen das Futter wegmopsen? Das ist definitiv diese junge Dame. Kobi hat schon irgendwie in der kleinen Herde ordentlich das Sagen und sie frisst zum Beispiel viel, viel, Kobi, sie frisst viel schneller als die anderen, vor allem als Pauli. Und meist mampft sie ihr Futter dann ganz, ganz schnell auf und dann läuft sie zu den anderen und will denen das wegessen. Ich habe das inzwischen so ein bisschen geregelt. Entweder kriegen die vorher Futter, nachher Futter oder ich bleibe dabei. Aber die kleine Maus hier, die mobs den anderen schon richtig gern das Futter, auch wenn sie so unschuldig guckt. Wer würde eher die Littles verteidigen? Und das ist tatsächlich Pauli. Manchmal nordet er die Littles zwar auch ein, aber vor allem Pina hat bei ihm irgendwie einen totalen Freifahrtschein. Die pennt mit ihm im Liegen, die liegt bei ihm, die lässt sich krubbeln, er krubbelt sie, sie krubbelt ihn. Und die beiden sind einfach irgendwie richtige Freunde. Und wenn Kobi da manchmal zu forsch ist, dann geht Pauli auch schon mal dazwischen und sagt so, nee, die Pina, die darf das. Und das ist irgendwie total süß, weil er ist so groß und die Pina ist so klein. Und trotzdem ist sie seine Freundin. Wer würde eher nicht in den Anhänger oder in den Lkw gehen? Definitiv, definitiv Kobi. Pauli ist ein totaler Profi, was das angeht. Der marschiert im Zweifelsfall ohne mich rückwärts, seitwärts da hoch. Aber Kobi, also sie macht das inzwischen auch richtig, richtig gut. Aber tschö. Hallo, wir drehen hier ein Video. Das geht so nicht. Also Kobi ist inzwischen auch wirklich zuverlässig. Aber tatsächlich hat sie manchmal so Phasen, wenn sie dann aufgeregt ist oder so, wo sie da ein bisschen ein Thema mit hat. Und sie hat ganz am Anfang tatsächlich auch mit dem neuen Anhänger ein Thema gehabt, weil der sieht von innen anders aus. Und das ist für sie dann immer echt ein Problem. Was ist mit denen denn los hier? Guck mal bitte, was ist mit dem? Pauli möchte lieber nicht dieses Spiel weiterspielen. Pauli möchte lieber in die Kamera beißen. Ich weiß nicht, was hier los ist. Freunde, was versteht ihr denn an dem Konzept nicht? Ihr müsst beide stehen bleiben, Mann. Und ich laufe dann immer zu einem von euch hin. Bleibst du jetzt bitte da stehen? Eigentlich können die das. Das ist hier doch keine Sch***-Abteilung. Kannst du mir mein Pferd bitte mal zurückgeben? So, jetzt hier. Los. Hü. Boah, stellt euch das mal als Freiheitsdressur vor. So sollen die nämlich eigentlich stehen. Definitiv Kobi. Pauli redet inzwischen auch schon ziemlich gut und zeigt, was er möchte und was er nicht möchte. Aber Kobi grundsätzlich ist ja irgendwie, wie ihr seht, sehr ausdrucksstark und zeigt sehr gerne, was sie mag. Ah! Auch in ihrer ganzen Mimik so, dass man immer super schnell mitkriegt, geht es ihr gut, geht es ihr schlecht? Tut ihr was weh? Will sie was? Will sie was nicht? Das will sie gerade sehr. Und grundsätzlich ist sie so schon diejenige von beiden, die einfach deutlich klarer kommuniziert, wie es ihr geht. Und man kann das wirklich in ihrem Gesicht lesen. Pauli zum Beispiel, ich meine, da sieht man das auch, wenn er müd ist, ne? Wie jetzt gerade. Aber grundsätzlich braucht er auch immer, gerade in so Situationen, so ein bisschen mehr Anlaufzeit, bis er wirklich zeigen kann, was er mag und was er nicht mag. Mit wem würde ich eher ein M-Spring reiten? Was für eine Frage. Sorry, Kobi, du musst stehen bleiben. Auf jeden Fall mit Pauli, weil er hat das Vermögen, er hat den Mut, er hat die Erfahrung, er ist ja schon mal M gegangen. Und ich glaube, Paulito würde mich da wirklich sowas von 1A durchwuppen. Ich habe nicht unbedingt den Mut, um ein M-Springen zu gehen, aber wer weiß, auch niemals nie. Aber vielleicht werden wir beide auf jeden Fall mal ein L-Springen zusammenreiten. und wir machen eher so Dinge mit Haaren. Bis einer heult. Ist immer so, ne? Bis einer heult. Wer würde eher mit ins Wohnzimmer kommen? Also, die Littles auf jeden Fall. Du hast keinen Bock, habe ich schon gehört. Pauli würde sowas von mit auf die Couch kommen. Ich glaube, mit Pauli könnte man so richtig schön entspannten Netflix-Abend machen. Da würde man sich so eine lustige Serie rausgucken, würde ein paar Tipps aufmachen, würde auch gar nicht so viel reden und hätte einfach eine richtig gute Zeit. Ein bisschen gucken, ein Bierchen trinken, gegenseitig vielleicht ein bisschen massieren, irgendwie eine schöne, entspannte Serie gucken. Ich glaube, Pauli wäre so ein richtig guter Kumpel. Wie seht ihr aus? Das Witzige ist, dass ich jetzt die ganzen Schimmelhaare auf diesem schwarzen Pferd verteile, ne? Ich weiß nicht, was mit denen heute ist. Die sind irgendwie ein bisschen komisch. Das ist Fellwechselzeit. Da juckt alles. Scratchy, Scratchy. Hast du eine lange Lippe? Horse Girl Problems. Wem würde ich eher ohne Sattel reiten? Definitiv Kobi, weil die hat weniger Widerriss, den platteren Rücken und ist insgesamt einfach so ein bisschen runder und weicher und ich glaube, das würde am Hintern weniger wehtun. Pauli würde ich aber mit Pet, also grundsätzlich auch ohne Sattel reiten, aber ich glaube, dann würde ich ihm ein Pet drauf tun und genau, Kobi bin ich aber auch schon ohne Sattel geritten. Müsste ich eigentlich mal machen. Wollt ihr ein Video, wo ich ohne Sattel reite? Pauli würde ich, glaube ich, auch mit Halsring reiten. Also hier auf dem Platz zumindest, nicht im Gelände. Wenn er sich dann erschrickt, ich glaube, dann wäre ich weg, aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock hättet auf ein Video, wo ich ohne Sattel reite. Haben wir noch einen? Einen letzten? Wer würde sich eher richtig krass einsauen? Eigentlich würde man denken, Kobi, weil man bei ihr die Flecken so krass sieht, aber sie rollt sich ja zum Beispiel gar nicht auf dem Paddock und auch nicht auf der Koppel. Ja, du musst jetzt nicht weggehen, wenn ich davon erzähle, aber Pauli ist tatsächlich schon so ein Kandidat, der sich gerne so richtig im Dreck suhlt und deshalb, das geht doch gleich schief und deshalb definitiv Paulchen. So ihr Lieben, zum Schluss gibt es jetzt noch eine Bonusfrage. Wer von meinen Ponys wäre gern am liebsten Friseur geworden? Die Antwort kennt ihr wahrscheinlich. Ich weiß immer nicht, ob sie viele Fans hätte. Ich möchte nichts davon. Paule, komm, wir machen die Abmoderation. Mit dieser wunderschönen Frisur und meiner etwas wild gewordenen Horde hier verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, dass ihr Spaß an diesem Video hattet. Ihr dürft gerne auch ganz viele Videoideen unten in die Kommentare packen und ich würde sagen, ich ziehe mir jetzt erstmal meine Sachen hier wieder ordentlich an, packe diese Banausen zurück aufs Paddock und wir ihr Lieben, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! Sag tschüss! Sag tschüss! Tschüss! Ich will das alles nicht. Ich will das alles nicht.